Das wichtigste Gerät im Leben von Jugendlichen ist das Smartphone. Es ist die Verbindung ins Internet, das einen großen Teil der Welt der Jugendlichen darstellt. Darum geht es in dem neuen Stück der Jugendtheatergruppe der Seefelder Mühle. In acht Szenen wollen sie verschiedene Fragen zum Internet durchspielen. Das Stück trägt den Titel Schnittstelle Stacheldraht. Und die sechs Darsteller haben es seit dem vergangenen Herbst zusammen mit ihren Regisseuren Bernadette Wildiger und Bohovel selbst entwickelt. Selbst jetzt in der Endphase der Proben nehmen sie noch keine Veränderungen vor. In der ersten Szene geht es um die Jugendlichen Adam und Eva, die in ihrem richtigen Leben bei weitem nicht so gut zurechtkommen, wie es ihre Internetprofile glauben machen wollen. Auch die Zuschauer des Stücks erleben eine Reise durch das Internet und wandern dabei durch die Seefelder Mühle. Premiere feiert das Stück am Freitag den 26. August ab 20 Uhr in der Seefelder Mühle. Weitere Aufführungen sind am 27. August ebenfalls ab 20 Uhr und am 28. August ab 16 Uhr zu sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020